Ich habe jetzt auch so eine Tour gemacht, aber du warst so dein Geburtstag auf eigener Kosten in der Schweiz. Ja, ja. So war es. Du hast aber nicht mit dem Klassier-Express. Nein, Klassier-Express, weil die wir jetzt zum Affen. Da war ich wirklich der Platzierte, der Buzern, noch mal sein, dann nach meinem Geburtstag, hier auf den Oberallpass. Das war's. Das war's. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Grüß dich, Junge. Willkommen. Aber mit dem Klassier. Ach so. Ja, das verstehe ich. Ja, und damit war ich nicht so über Papier, darfst du erst mal geschneit, was du überhaupt sagst. Offiziell hält ja der Klassier-Express nicht im Oberallpass. Ja, ja, okay. Jetzt hast du verstanden. Ja, ja, also immer wenn du in der Kneipe einklärst, du kommst du von der anderen Seite und ich bin der Klassier-Express. So müsste man das erklären. Dein Lager, ich bin der говорить. Ich bin der lager. Ist, wenn du mir wieder das begonnen hast. Ich bin der Lager. Nee, das ist sehr ihr Colleges stack iphone zu Hause. Ja, schade. Ich bin der Transit service, ich wusste schon, dass es läuft. Untertitelung des ZDF, 2020